Mit Brasilien verbindet man den Amazonas-Regenwald, Rio de Janeiro und den Karneval. Oder Fußball. Aber Brasilien, das sind auch Kakteen, Cowboys, Fischer und Fußball. Besonders im Nordosten des Landes, im Bundesstaat Ciara. Wien! 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 Die wüstenartigen Landschaften im Nordosten Brasiliens heißen Sertão. Ciara gehört zu den kleineren Bundesstaaten Brasiliens. In seiner Hauptstadt Fortaleza leben mehrere Millionen Menschen. Eine ganz normale Großstadt, außer, dass fast immer die Sonne scheint und man die Abende im Freien verbringen kann. Wie in den meisten anderen Küstenstädten Brasiliens ist auch in Fortaleza der Strand einer der beliebtesten Treffpunkte. Auf der Uferpromenade kann man kilometerweit direkt am Meer spazieren gehen. Das ist in Fortaleza besonders schön, weil die Temperatur immer zwischen 25 und 30 Grad liegt. Ob als Familie oder allein, hier gibt es alle möglichen Freizeitaktivitäten für einen angenehmen Tag am Strand. Der Strand ist schön, aber mich zieht es in den Nordosten, in das ländliche Brasilien, den Cerdao. Ich freue mich schon auf die Fahrt und die Stände unterwegs. Im Nordosten Brasiliens sind entlang der Straßen immer wieder Obststände wie dieser zu finden. Die Konkurrenz ist groß, deshalb werden die Früchte so attraktiv wie möglich angerichtet. Da muss man einfach anhalten. Wir alle kennen Mangos, aber Pitomba? Beißt man das Äußere ab, bleibt ein schleimiger, süßer Kern. Man verzieht zwar beim Essen das Gesicht, will aber trotzdem mehr davon. Eine andere Frucht, die in Nordamerika völlig unbekannt ist, ist die Sapodilla. Sie schmeckt wie eine Süßkartoffel, nur besser. Man saugt das weiße Fruchtfleisch raus, es schmeckt nach Zitrone, sehr angenehm. Hier sind noch mehr exotische Sorten. Das ist eine Cajá. Daraus wird Saft hergestellt. Das sind nur ein paar der Früchte aus dem Nordosten Brasiliens. In Ciara herrscht semi-arides Klima. Das heißt aber nicht, dass es nie regnet. Für Kakteenwälder ist es aber trocken genug. In Brasilien scheint es eine endlose Fülle an tropischen Früchten zu geben. Papayas, Mangos, Passionsfrüchte, Guaven. Nicht zu vergessen die Kaktusfrucht, die besonders hier im Nordosten zu Hause ist. Ihre Farbe ist wunderschön. Und sie schmeckt fantastisch. Sehr süß. Die Samen der Kaktusfrucht sind sehr nährstoffreich. Zusätzlich zu den Vitaminen aus dem Fruchtfleisch liefern sie Proteine und Öl. Seara hat kilometerlange Strände. Lange bevor die Badeorte entstanden sind, lebten die Menschen hier vom Fischfang. Als die Europäer im frühen 16. Jahrhundert an die nordöstliche Küste Brasiliens kamen, trafen sie auf Fischer, die schon damals die gleichen Boote benutzten wie heute. Die Jangadas. Die erste brasilianische Jangada war die sogenannte Piuba-Jangada. Ich selbst habe noch mit so einem alten Boot gefischt. Das war sehr mühsam. Man war allem schutzlos ausgesetzt. Starkem Regen, heftigem Wind, all den Elementen der Natur. Unsere Jangadas sind moderner. Es gibt Kabinen, in denen wir uns vor Wind und Regen schützen können. Das ist schon ein neueres Boot, wenn auch im präkolumbianischen Stil. Das ist der Ofen. Kokosnussschalen dienen als Holz. Hier kommt ein kleiner Topf rein und hier wird Feuer gemacht. Man muss alles mitnehmen. Hier wird Wasser aufgekocht, man gibt Mehl und Fisch hinein. Davon ernähren sich die Fischer vier oder fünf Tage lang auf See. Man klappt den Deckel auf, dann können drei oder vier Männer darin schlafen. So fühlt es sich also an, eine Nacht auf einer Jangada zu verbringen. Es ist mein erstes Mal und lange, knochige Beine machen es nicht gerade leichter. Ein warmes, weiches Bett ist auf jeden Fall angenehmer. Hier schlafen also drei Männer gleichzeitig. Einer muss sich auf die Seite legen. Die Klappe muss zu sein, damit kein Wasser reinkommt. Ich hab mich echt schon wohler gefühlt. Dann wird das Segel nass gemacht. Der Stoff ist sehr durchlässig. Durch das Wasser werden die Poren geschlossen und das verstärkt die Antriebskraft des leichten Windes vom Land. So ein Boot muss erstmal raus auf die hohe See. Da ist jede Hilfe willkommen, denn da draußen hat man auch noch mit den Wellen zu kämpfen. Zum Fischen benutzen sie nur eine Schnur und einen Haken. Keine Ruten. Sie kennen sich aus. An der Berührung des Fisches erkennen sie die Art. Bei dieser Tour sind sie hinter einem ganz besonderen Heer. Nach jeder Fahrt denken die Leute, dass wir einen riesigen Fang gemacht hätten. In so eine Kiste passen 150 bis 200 Kilogramm Fisch. Wenn wir nicht rausfahren können, bleiben wir bei den Booten, plaudern miteinander und warten auf die nächste Gelegenheit. Ach, das ist der Anker. Diesen Anker ziehen wir beim Fischen hinter uns her. Der andere hier hält unser Boot an einer Stelle fest. Der wiegt wahrscheinlich ein paar hundert Kilo. Der Anker hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Er besteht aus Holz und Stein. Diese Tradition ist über 500 Jahre alt und existierte wahrscheinlich schon lange, bevor die Europäer kamen. Fern ab der Küste beginnt der wahre Serdau, das Land der Rinder und Cowboys. Für die Waquejada trainieren die Cowboys und Viehhirten fast täglich. Es ist eine sehr beliebte Sportart. Sie müssen also sehr gut sein. Soweit alles normal. Wenn ich nicht auf beiden Seiten von Papayabäumen, Mangobäumen, Bananenbäumen, Zuckerrohrfeldern, Kokosnussbäumen und Cashewbäumen umgeben werde. Das passt nicht zu meiner Vorstellung von Cowboy-Kultur, aber das ist ja auch der Nordosten Brasiliens. Wir reiten jetzt auf das Trainingsgelände. Ich reite mal vor, ich werde ja gleich sehen, was mich erwartet. Die Waquejada gehört hier zu den beliebtesten Sportarten. Die reichen Farmer lassen ihre besten Cowboys gegeneinander antreten. Die Preise sind super. Autos, Motorräder, sogar Bargeld. Seit meiner frühesten Kindheit sind Pferde alles für mich. Über die Jahre habe ich einige Preise gewonnen. Ursprünglich wurde die Waquejada im Freien ausgetragen. Heute finden die Wettbewerbe in Arenen oder auf Pferderennbahnen statt. Damals waren die Regeln noch ganz anders. Der Erste, der den Schwanz hatte, hat auch versucht, das Rind auf den Boden zu werfen. Ziel dieser Jagd ist der Schwanz des Rindes. Wenn man ihn in der Hand hält, wird er an den Partner weitergereicht. Der versucht dann, während er den Schwanz des Rindes festhält, sein Pferd so zu bewegen, dass er das Rind zu Fall bringen kann. Hat er das geschafft, ruft der Schiedsrichter, Valoe Boy, gut gemacht. Da, er hat den Schwanz. Valoe Boy. Der Estero hält den Schwanz fest und gibt den an den Pujador weiter. Gleichzeitig achtet er darauf, dass das Rind weitergerade ausläuft, damit der Pujador es zu Fall bringen kann. Länder, in denen es riesige Rinderherden gibt, betreiben meist auch einen entsprechenden Sport, wie Rodeo in den USA oder Polo in Argentinien. In Brasilien ist das die Vaguejada, die aus dem Nordosten kommt. Die Portugiesen haben das Rind nach Brasilien gebracht und ein Handwerk, das nur an wenigen Orten in Ciara und fast nirgendwo sonst noch ausgeübt wird, klöppeln. Maria José klöppelt eine Spitzenborte, die über 400 Meter lang ist und an dieser Rolle aufgewickelt wird, vermutlich Weltrekord. Für die meisten Kleidungsstücke, die aus Spitze bestehen, bildet dieser Stoff die Grundlage. Diese Rolle ist über 400 Meter lang. Zwei Jahre hat sie daran gearbeitet. Und es ist keine leichte Arbeit. Ihre Finger sind fast zu schnell, um ihnen folgen zu können. Mit sieben habe ich Klöppeln und Häkeln gelernt. Ich mache das schon seit über 42 Jahren. Diese Spitzenborte wird in viele kleine Stücke geschnitten. Damit werden dann Jeans verziert. Sie ist 400 Meter lang. Ab 500 Metern kann ich sie in die Jeansfabrik bringen. Alles wird per Hand gemacht, ohne Maschinen. Wir verwenden Kaktusstacheln. Diese Nadeln sind die Stacheln des berühmtesten Säulen-Kaktus-Brasiliens, des Mandacaru. Das sind Klöppel. Das sind also die Klöppel. Ihr Gewicht hält die Spannung in den Fäden. Sie bewegt sie so schnell hin und her, als würde sie auf einem Instrument spielen. Die Unterlage, auf der sie arbeitet, ist ein Stück Papier von einem Zementsack. Das ist dünner Karton und das ist ein Kissen. 60 Klöpplerinnen arbeiten hier. Wir klöppeln alle Spitzenborten. Genau wie der Fußball kam auch die Spitzenklöppelei durch die Engländer nach Brasilien. Die Brasilianerinnen haben das Klöppeln ausgebaut. Und der Nordosten des Landes wurde das Zentrum der internationalen Spitzenproduktion. Wenn es im Nordosten mal regnet, dann richtig. Die Gegend ist bekannt für viele interessante Punkte, an denen man bei diesem Wetter eine Pause machen kann. Zum Glück ist mein Freund Riccardo Becerra bei mir. Er kennt sich hier aus. Hier wird Zuckerrohr verarbeitet. Der gesamte Produktionsprozess findet hier statt. Das Zuckerrohr wird in diese Mühle hier gegeben, die den Saft herauspresst. Der Saft gelangt dann in diese Bottiche, die von unten beheizt werden. Wenn die Flüssigkeit die perfekte Konsistenz hat, wird sie in diese Formen gegossen und getrocknet. Heraus kommen die sogenannten Batidas. Der Geschmack ist neu. Sieht aus wie Anis. Seit Jahrhunderten ist der Herstellungsprozess derselbe. Womöglich schon seit 300 oder 400 Jahren. Achtung, es ist heiß. Es ist heiß. Und was ist da alles drin? Erdnüsse. Aber das ist neu. Früher war es nur Zuckerrohr und Kokosnuss. Heute verwendet man Erdnüsse, Ananas. Cashewnüsse. Cashewnüsse. Es ist sehr süß, aber nicht zu süß. Und die Erdnüsse passen perfekt dazu. Das heißt Rapadura. Rapadura. Rapadura bedeutet hart, genau. Es gibt noch ein anderes Zuckerrohrprodukt, das etwas stärker ist. Rum. Oder? Genau, das ist Cachaca. Cachaca? Richtig. Gibt's auch Cachaca ohne Hummer? Klar, das ist nur eine neue Sorte. Das sieht lecker aus. Das sind Früchte? Tropische Früchte, also Ananas, Melone. Cachaca ist eine einfache, klare Spirituose, die sehr, sehr stark ist. Cachaca wird aus Zuckerrohr hergestellt. Aber in Brasilien verwendet ihr Alkohol auch als Treibstoff für Fahrzeuge. Ja, unsere Autos sind, wie sagt man, Alkoholiker. Apropos Autos, lass uns weiterfahren. Ja, eine gute Idee. Der Regen zieht schnell vorbei und Ricardo nimmt mich mit zu seinen Freunden, die auf dem Land leben. Das ist ein typisches Haus im Serdau. Es ist gut in Schuss. Hier ein schöner Holztisch. Überall hängen religiöse Symbole. Hier sind die Hängematten, das Schlafzimmer, unabhängig davon, wo sie gerade hängen. Manchmal gibt es auch einen eigenen Raum. Alles sehr einfach, aber perfekt an diese meist recht trockene und warme Umgebung angepasst. In diesem Teil von Sierra wird ein Produkt hergestellt, das Autobesitzer weltweit verwenden, Carnauba-Wachs. Sie werden getrocknet und in eine Maschine gegeben. Das gewonnene Pulver wird geschmolzen, um daraus Wachs herzustellen. Das gesamte Wachs wird exportiert. Das rohe Wachs aus dem Carnauba-Pulver sieht so aus und fühlt sich schon an wie Wachs. Geschmolzen und in Form gepresst, sieht das fertige Produkt so aus. Das ist dunkles oder schwarzes Carnauba in Industriequalität. Das ist das etwas teurere, weiße Carnauba, das in der Kosmetik verwendet wird. Ich habe schon als kleiner Junge die Blätter geerntet. Das mache ich auch heute noch. Ich schneide jetzt die trockenen Palmwedel, die zum Dachdecken verwendet werden. Aus den grünen gewinnen wir das Pulver. Für das Wachs. Früher haben wir nicht viel Geld dafür bekommen. Heute ist die Nachfrage so groß, dass wir das Wachs zu einem guten Preis verkaufen können. Das verwendet man sehr häufig. Es ist sehr scharf. Man zieht es vor und zurück. So werden die Blätter abgeschnitten. Ein guter Carnauba-Schneider braucht Erfahrung. Die Blätter haben Stacheln. Man schneidet sie über den Stacheln ab und sollte wissen, was man tut. Hey, nicht schlecht. Das sind die Stacheln. Sie sehen aus wie Angelhaken. Wenn sie schnell herunterfallen, schießen sie wie Pfeile auf den Boden und können ernsthafte Verletzungen verursachen. Aus 1000 Palmwedeln erhält man etwa 13 bis 15 Kilogramm Pulver. Aus 1000 Palmwedeln 15 Kilogramm Pulver. Das ergibt rund 33 bis 43 Pfund Carnauba-Wachs. Viel Arbeit, aber wenn man das Wachs erst einmal hat, ist es das Beste der Welt. Etwa 160 Kilometer entfernt liegt die kleine religiöse Stadt Canindé. Hier gibt es eine Besonderheit. In keinem Land der Welt leben so viele Katholiken wie in Brasilien. Das wichtigste Heiligtum der Katholiken in ganz Brasilien befindet sich hier in der kleinen Stadt Canindé, in den Weiten des Sertau. Die Legende besagt, dass sich drei Brüder dieses Land teilten. Nachdem sie den Bau einer Kirche ablehnten, wurde der Älteste krank und starb. Auch der Zweite wurde krank und starb. Als der dritte Bruder erkrankte, erlaubte er den Bau der Kirche, sofern sich sein Zustand bessern würde. Das tat er und so konnte an dieser Stelle die Basilika des Heiligen Franziskus entstehen. Die Statue des Heiligen Franziskus hinter mir ist über 30 Meter hoch. Es ist die wahrscheinlich höchste Statue des Heiligen Franziskus weltweit. Der Grund, weshalb sich hunderttausende Pilger auf den Weg nach Canindé machen, liegt nicht nur an deren Verehrung des Heiligen Franziskus, sondern an den Geschichten über die vielen tausend Wunder. Das ist das Haus der Wunder. An dieser Wand hängen Fotos von Menschen, die glauben, dass sie durch ihre Pilgerreise wieder gesund wurden. Verletzungen, genetische Erkrankungen und so weiter wurden geheilt. Wenn eine bestimmte Verletzung oder ein Körperteil geheilt werden soll, nimmt man es symbolisch mit auf die Pilgerreise nach Canindé. Hier gibt es eine ziemliche Auswahl an Holz, Gips und teilweise sogar Plastikteilen, die die Leute mitbringen und in der Hoffnung hier lassen, dass das Wunder des Heiligen Franziskus auf sie einwirkt und sie geheilt werden. Es kommen so viele Menschen hierher, dass dieser Behälter alle zwei Monate geleert werden muss. So stark ist ihr Glaube daran. Menschen aus aller Welt kommen hierher, aus Frankreich, aus den USA, sogar aus Japan. Mit zwei Millionen Personen pro Jahr sind wir die größte Franziskaner Pilgerstätte in ganz Amerika. Erst vor kurzem haben wir das 500-jährige Jubiläum gefeiert. Es ist der Glaube, der die Armen und Hungrigen nährt. Der heilige Franziskus ist unser Arzt und unser Freund. Er ist der Heilige der Armen. Canindé ist die größte Pilgerstätte der westlichen Hemisphäre und eine schöne Stadt. Ich hatte Arthritis. Der heilige Franziskus hat mich geheilt. Mein Körper war voller Schwellungen. Ich habe unserem Heiligen ein Versprechen gegeben und er sagte, dass es mir bald besser gehen wird. Ich war nie wieder krank. Der Legende nach ist das erste Wunder in Canindé einem Steinmetz widerfahren. Er hat an diesem Turm gearbeitet und ist abgerutscht und wäre vermutlich etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Doch sein Hemd ist an einem Gesimstürmchen hängen geblieben. Er hing so lange, bis man ihn bemerkte und befreite. Das ist doch wirklich ein Wunder. Jetzt müssen wir schnell zurück nach Fortaleza zu einem wichtigen Fußballspiel. Niemand kennt sich im Fußball besser aus als mein Freund Marcus Machado. Im Stadion wird er mich über einige Besonderheiten dieser brasilianischen Leidenschaft aufklären. Wir sind im Stadion von Fortaleza, wo meist zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Diesmal spielt Fortaleza gegen eine kleinere Stadt, die 500 Kilometer entfernt ist. Ich trage ein Leibchen, was vorgeschrieben ist, wenn man das Spielfeld betritt. Aber hier geht es nicht nur um das Spiel, sondern um viel mehr. Jedes Team hat eine eigene Choreografie, Sprechchöre, Transparente, Fahnen und sogar eine eigene Hymne. Das Stadion hat 70.000 Plätze. Zwar sind ein paar Sitze leer, weil sie gegen eine kleinere Mannschaft spielen, aber so um die 40.000 Menschen sind bestimmt hier. In Sprechchören werden Dinge gerufen, die ich im Fernsehen nicht wiederholen darf. Nichts für sanfte Ohren. Auch das ist Fußball. Fußball ist für uns wie eine Religion. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Sport. Ich habe gehört, die Engländer haben Fußball nach Brasilien gebracht. Die Briten. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sie haben den Fußball entdeckt, sie haben ihn erfunden und die Brasilianer haben ihn übernommen. Und den besten Fußball der Welt daraus gemacht. Stimmt. Dieses Jahr gibt es circa 500 Profimannschaften. 500 Profimannschaften? Ja. Das heißt, jede mittlere und jede Kleinstadt hat ihr eigenes Profiteam und manche haben mehr als eines. In diesem Bundesstaat gibt es etwa 30 Profimannschaften. Allein in Ciara? Allein in Ciara. Wer in Brasilien nicht bei einem Fußballspiel war, hat Brasilien nicht wirklich kennengelernt. Nein, dann hat man Brasilien nicht richtig kennengelernt. Das ist, wie nach Italien zu fahren, ohne den Papst zu sehen. In welchem Alter bekommen Jungen oder Mädchen ihren ersten Fußball geschenkt? Bei ihrer Geburt? Bei ihrer Geburt? Wenn sie auf der Welt sind, bekommen sie einen Fußball? Jungen bekommen von ihren Vätern ein Trikot der Mannschaft. Als ich geboren wurde, brachte mir mein Vater ein Trikot. Fortaleza gewinnt gerade das Spiel und wer glaubt, dass es jetzt schon aufregend ist, sollte bis zum Ende warten. Die bengalischen Feuer sind schon gezündet und später rennen die Fans dann aufs Spielfeld und schauen sich das richtige Feuerwerk an. Die Mannschaft aus Fortaleza hat die Meisterschaft im Bundesstaat gewonnen. Fortaleza hat die Meisterschaft von Ciara gewonnen. Zeit für den Pokal, die Party und Konfetti. Jetzt wird's ganz schön wild. Ein ganz normaler Tag im Nordosten Brasiliens. Mein Hut ist aus Australien. Seiner wurde von Hand gefertigt und ist aus Leder. Mal sehen, wer den schöneren hat. Der ist ein bisschen schwerer, aber ich denke, seiner hat mehr Stil.